Servus Leute, was geht ab? Ich hab meinen ersten Kill in der letzten Folge gemacht. Leute, das war der absolute Wahnsinn. Ich komm überhaupt nicht drauf klar. 4 Sekunden noch. 3, 2, 1. Join Server. Ab geht's. Logging in. Ich bin auf dem Server. Die anderen kommen jetzt auch alle. Ich kann noch nichts machen. Ich sneak schon mal. Aber es sind nur noch 5 Spieler. Es sind... Aber ich kam einfach zu spät. Ich wollte gerade sagen, es sind noch 6 Spieler, Alter. Holy fucking shit, alter Schwede. Protection 1. Ich hab auch eine Protection. Ja, nein. Ich hab schon eine Protection 2. Ach so, aber Protection 2 und Protection 2 gibt ja 3. Ich bin dumm. Sorry, Leute. My bad, you know. So, da zaubern wir jetzt auch Protection 1 drauf. Hoffentlich. Jawohl. Easy Rabbit. Alter, ich bin immer noch so aufgeregt. So verdammt aufgeregt. Jetzt hab ich da oben einfach den Amboss liegen lassen, oder was? Instant Health. Er hat seinen Trank nicht genommen. Ja, okay. Dann zaubern wir einfach schnell. Einen kleinen Amboss-Boy. Alter, ich bin immer noch so durcheinander, dass ich überhaupt nicht drauf klarkomme. So, jetzt hoffe ich nur, dass das nicht mehr Level kostet. Das kostet bestimmt 5. 7, alter Schild. Okay, die ist schon ein bisschen kaputt. Lieber die wieder rein. Oh nein, scheiß drauf. Okay, das heißt, ich muss jetzt wieder Level fahren. Es ist nicht das Spannendste, Leute. Ich weiß es. Aber ich hab jetzt jemanden bei Waro gekillt, Leute. Zieht euch das mal rein. Der Halodri, wie er leibt und lebt, hat einfach jemanden bei Waro getötet. Ich glaub's ja nicht. Alleine hab ich das alles geschafft. Niemand ist mir zur Seite gestanden. Keiner war dabei. Mein Teampartner ist leider in Urlaub gefahren. Deswegen war er nicht da. Sehr, sehr schade, Alter. Wer hätte der das miterlebt? Alter, holy fucking moly, alter Schwede. Das ist so übertrieben krass, Mann. Gamer's Time hier nochmal. Sehr, sehr geiler Fight, Mann. Ich glaub wirklich, dass der Fire Aspect mich gerettet hat. Sein Bogen hat mir nicht so viel Damage gemacht. Es kamen die ganze Zeit irgendwelche so blaue, so blaue Bubbles um mich herum, als er mich mit dem Bogen getroffen hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Aqua Damage oder was weiß ich das sein soll. Weiß ich nicht. Kenn ich mich halt, weiß ich halt nicht, wie man seinen Bogen noch verzaubern kann, was da so drauf kann alles. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was ich hatte ja mal so ein komisches Schwert mit Banner auf irgendwas. Hab ich nicht mehr. Und dass ich mein Schärfe 4 Schwert noch gemacht hab, war auch, Alter, cheap. Kann mir bitte jemand sagen, warum hier einfach offen ist? Kann mir das mal jemand verraten? What the fuck? Alter Schwede, hier war einfach offen. Holy fucking shit. Wir bauen hier jetzt erstmal gut zu. Und jetzt baue ich kurz wieder meinen Amboss. Jetzt brauche ich kurz wieder meinen Amboss-Boy. Ist der schon so kaputt? Krank. Jetzt kostet sie nur 5. Geil. Ach, das bestimmt, wenn man das verschiedene rumreintut. Reinmacht. Sorry dafür. Kostet das weniger. Kommt Spawn, schreibt der. Ich muss erstmal runterkommen. Alter. Holy shit. Leute, ist das krank. Oh shit, man. Shit, 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 shit. Alter Schwede. Ja, es ist so heftig. Slightly damaged Anvil. Alles klar, okay. I understand right now. Protection 3. So, was können wir denn jetzt noch als nächstes machen? Hmm, das ist jetzt für mich echt ein Rätsel, muss ich sagen. 27 Öfen. Ich hatte, glaube ich, 4. Hatte er ja 23 Öfen dabei. Was zum Teufel. Wasser habe ich nicht gebraucht. Aber er hat den Wassereimer. Er hat sich nicht gelöscht. Er hätte ja kurz irgendwie vor mir weglaufen können. Und dann irgendwie... Grabe ich mich jetzt eigentlich wieder runter. Eigentlich schon. Weil warum nicht? Ich könnte da mal wieder ein paar Steine brennen. Jetzt grabe ich mich wieder runter. Die anderen kämpfen ja auch nicht. Das heißt, die anderen werden sich ja auch irgendwo verstecken. Ich muss auf jeden Fall... Alter. Ich führe mir das gerade noch mal vor Augen, wie ich gerade gegen den gekämpft habe. Ich habe mit dem Bogen eigentlich überhaupt keine Skills. Ich habe ihn zweimal mit dem Bogen getroffen. Direkt der erste Schuss hat gesessen. Leute, jetzt mal ohne Spaß. Was ist denn da los gewesen? Wahrscheinlich... Er hat mir aber auch ziemlich wenig Damage gemacht. Ich weiß halt nicht, wie das... Ich habe einen gelben... Ich bin raus, Leute. Ich kann... Ich kann nicht schon wieder. Hallo, Hülchen. Okay, ich habe zwei Wassereimer. Ich wollte nicht direkt runter. Chill mal, Alter. Oh mein Gott. Okay, ich... Ich... Ich gehe jetzt hier runter. Schauen wir mal, was hier ist. Okay, eigentlich brauche ich mir echt nichts mehr craften. Ich muss eigentlich nur noch Level farmen. Gehen wir mal hier runter. Gut, ja, kann man mal mitnehmen. Muss man ja nicht verkommen lassen, ne? Das Gold. Das ist gut Gold. Alter Schwede, ich falle einfach in ein Loch. Alter, stell dir mal vor, ich wäre jetzt gestorben. Aber Instant Reaction ist auf jeden Fall da. Kann man schon mal jetzt hier so vormerken. Ich habe sofort meinen Eimer gepullt. Und habe sofort mich gelöscht. Das war für meine Verhältnisse, würde ich sagen, schon gar nicht so schlecht. Jetzt habe ich hier wieder die Steine. Wenn ich in den Höhlen bin, dann baue ich ja immer gerne damit zu. So, habe ich noch Fackelinos. Ah, 27 Fackelinos. Er hat ja einfach von allem so viel. Das ist ja brutal. Wie viel Eisen habe ich? Ich habe sehr viel Eisen. So, ich... Ich, ähm... Brenne jetzt hier das ganze Eisen. Und dann versuche ich Level zu farmen und mir vielleicht sogar noch ein besseres Schwert zu machen. Das würde mich mal interessieren. Mach's nicht. Haha. Als ob ich das mache. Mit dem Puls. Haha. Alter Schädel. So, ich muss... Ich muss halt schauen, dass ich nicht zu weit weg, zu nah an der Wand bin. Weil wenn die, wenn die Map quasi wieder verkleinert wird und ich dann dadurch sterbe, wäre halt auch saumies. So, dann packen wir mal die Hälfte hier rein. Hier packen wir was rein. Da packen wir was rein. Dann tun wir die Hälfte wieder hier hin. Hier packen wir die Hälfte rein. Hier packen wir was rein. Hier packen wir was rein. Hier muss noch Kohle rein. So, hier muss auch noch Kohle rein. So, hier muss auch noch was rein und Kohle rein. So, jetzt brennen wir erstmal das ganze Eisenzeugs. Denn, ja, so, aber so ein Schärfisch, Alter, da brauche ich schon sau viele Level, ne? Hm, 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 hm. Ja gut, ist ja egal. Ich kann ja jetzt hier einfach nochmal weiter. Es bringt mir halt echt relativ wenig. Ist wieder so ein Lavasee. Warum sind hier so viele Lavasee überall? Gut, 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 gut. Ach, hier ist ein Hügel. Ich wollte mir auch noch Dings. Ist das dumm. Cobblestone. Wollte ich mir auch noch zaubern. Hier, bessere Stones. So, dann gehen wir mal hier. Oh, heiß, heiß, heiß. Man kann nie genug Eisen haben, Freunde. Ich wüsste zwar nicht, wofür ich es brauche. Scheißegal. So, sechs Level habe ich. Gut, 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 gut. Sechste Level. Sechste Level, was heißt das? Ich könnte, hier sind wieder Diamanten. Was ist denn, wenn ich meine Sachen davon erstmal besser mache? Die Diamanten waren das? Die Diamanten waren das? Zwei nur. Da ist eine Mauer ausbeute. Schade eigentlich. Ich will nicht fighten. Ich will nicht fighten. Okay, das ist alles fertig. Was könnte ich denn noch? Bratibruzel machen. Gar nichts mehr. Das gleich wegschmeißen. Die Stones hier. Gut, wer braucht so viel Kohle, ne? Kein Mensch braucht so viel Kohle. Die Steine sind mir auf jeden Fall sehr wichtig. Kohle, Kohle, Kohle. Gehe Geier. Die stehen einfach am Spawn, oder was? Ist das funny, Atiri. Ah, yo, mein Bogen könnte ich stärker machen. Aber ich habe keine Strings, kacke. Mamma mia, in der Cafeteria, you know, I'm talking. So, dann baue ich jetzt einfach mal das alles ab. Nehme die ganzen Öfen mit. Holy shit, ich weiß halt echt nicht, ob ich das nächste Folge machen soll. Hmm. Das ist a... Damn good question. Komm schon, Steinchen. Abbauen, abbauen. So. Dann buddeln wir aber weiter. Habe ich alles mitgenommen. Yeah. Oh, Folge ist schon vorbei. Okay, Leute, ich werde gekickt. Lauf noch weiter in meinem Gagen. Was geht? Holy shit, die Folge. Ich musste erst mal klarkommen. Das war es erst mal. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.